Herr Erzbischof Zollitsch, von Paulus wissen wir, dass er alles getan hat, um das Evangelium wirklich an den Mann und an die Frau zu bringen. Er war zur damaligen Zeit ein wirklicher Trendsetter, könnte man sagen, und hat auch als erster Christ Briefe geschrieben. Welche Medien halten Sie für die richtigen in der heutigen Zeit? Ja, es ist schon toll, was der Apostel Paulus alles getan hat. Und wie Sie sagten, er hat nicht nur Leute aufgesucht, mit ihnen gesprochen, ist natürlich nicht unter Öffentlichkeit, wie auf der Eureopagie in Athen aufgetreten. Er hat auch Briefe geschrieben, hat auch Boten geschickt, um die Leute zu erreichen. Und ich glaube, wenn heute Paulus unter uns leben würde, würde er auch all die modernen Medien nützen, die wir haben. Einerseits ist es wichtig, dass wir mit den Menschen im Gespräch sind, dass Kinder in der Familie in den Glauben hineinwachsen, dass es eine Religion sonderlich gibt, dass es unsere Gruppen gibt, in denen wir unseren Glauben leben. Aber es ist auch heute auch wichtig, dass über die gedruckten Medien hinaus dann tatsächlich wir über Funk und Fernsehen, via Internet, unseren Glauben auch verkünden. Oder Ansprechpartner finden, wie etwa bei uns im Sehpunkt, wo Menschen dann da hinkommen können und sich erkundigen können. Oder ich habe zum Beispiel für diesen Weißen Sonntag in diesem Jahr den Erstkommunikanten einen Brief geschrieben. Als Erzbischof und sie angesprochen auf das, was am Weißen Sonntag in der Erstkommunion geschieht und sie zugleich eingeladen zu unserem Diözusandtag. Und der Diözusandtag ist dann solch eine Möglichkeit, Glauben zu erleben, Glauben zu verkünden. Das sind Möglichkeiten, die wir heute haben. Für die sind wir dankbar. An der Figur des Paulus fasziniert uns ja auch, dass er mit seinem ganzen Leben für diese frohe Botschaft eingetreten ist. Und er lässt sich von der Verkündigung auch nicht abbringen durch Verfolgung, dadurch, dass er verprügelt oder verhaftet wird. Könnten wir heute vielleicht auch authentischer diese Botschaft verkünden? Es ist faszinierend, wie Paulus für das Evangelium lebt und wie er auch Verfolgung und Nachteile in den Kauf nimmt, Ablehnung, auch von seinen jüdischen Glaubensgenossen. Und wer heute für das Evangelium eintritt, muss auch damit rechnen, dass er Leute findet, die widersprechen, die ganz und gar nicht den Weg mitgehen wollen. Und dieser Mut, diese Zivilcourage, die gehören dazu. Aber es ist dann entscheidend im Hintergrund, dass sich überzeugt bin von der Botschaft und diese Botschaft dann auch überzeugend lebe, dann werde ich es auch schaffen, tatsächlich gegen Widerstände zu kämpfen und den Gegenwind auszuhalten. Sie werden in der kommenden Woche Papst Benedikt auf seiner Reise nach Israel begleiten. Und soweit ich weiß, werden Sie dort besondere Orte mit ihm besuchen, wo auch heute noch Zeugnis gegeben wird. Ja, ich werde am Mittwoch zusammen mit Papst Benedikt in Bethlehem, dem Geburtstag Jesu Christi sein. Wir werden auf dem Hirtenfeld Eucharistie feiern. Er wird ein Flüchtlingslager dort besuchen von Palästinensern. Und wir werden gemeinsam dann das Caritas Baby Hospital besuchen, dort, wo palästinensische Kinder mit ihren Müttern sich aufhalten können, wo Kinder ärztlich betreut werden, wenn geholfen wird. Und wo wir dann erleben dürfen, wie das, was das Evangelium uns verkündet, auch konkret als Liebesdienst weitergegeben wird. Und ich habe in meinen bisherigen Begegnungen mit den Müttern und Kindern im Babyhospital in Bethlehem erleben dürfen, wie das Freude schenkt und Hoffnung schenkt. Und Hoffnung und Freude weiter schenken zu dürfen, das ist doch etwas Zentrales vom Evangelium. Und das geschieht eben nicht nur durch Worte, das geschieht eben auch durch die Tat. Und das hoffe ich mit Papst Benedikt in Bethlehem auch so erleben zu dürfen. Und dann wird, glaube ich, deutlich, dass das, was seit Jahrhunderten im Heiligen Land lebt, nämlich der christliche Glaube, auch dort eine Zukunft und eine Perspektive hat. Und wenn ich dazu beitragen kann, dafür Mut machen kann, dann, meine ich, lohnt sich meine Reise ins Heilige Land. Dann bleibt mir nur noch, mich bei Ihnen zu bedanken für das Gespräch und Ihnen eine gute Reise zu wünschen. Ja, und wenn in dem, was wir nun empfangen dürfen, im Dank auch immer die Liebe spürbar wird, die wir empfangen und weitergeben dürfen, dann ist doch tatsächlich etwas Großes in unserer Welt gegenwärtig. Musik 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 Musik